Hola, yo soy Patricia. Hallo, ich bin Patricia. Heute wollen wir uns mit den Steigerungsformen der Adjektive näher befassen. Kennst du die zwei Steigerungsstufen? Die erste wird als Komparativ bezeichnet. Hier gibt es den Komparativ der Gleichwertigkeit und den Komparativ der Ungleichheit. Die zweite Steigerungsstufe wird als relativer Superlativ bezeichnet. Zur Verwendung der beiden Steigerungsstufen ist zu sagen, dass der Komparativ und der relative Superlativ für den Vergleich von Personen, Dingen und Eigenschaften verwendet wird. Gehen wir doch mal an. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause!